Hände ich mal jemand, der mich versteht? Hier in den Kommentaren fühle ich mich wohl. Ich dachte, damit wäre ich allein. Diese Sätze lese ich immer wieder. Schon früher auf dem Blog, heute vor allem hier auf YouTube. Introvertierte können enorm davon profitieren, sich mit anderen Introvertierten auszutauschen. Aber dann gehen sie ja auch wieder zurück in die echte Welt. Und dort warten viele Menschen, die keinerlei Verständnis für introvertierte Bedürfnisse haben. Menschen, die uns als Jammerlappen, Mimosen oder zu anspruchsvoll bezeichnen. Wie können wir damit umgehen? Schritt Nummer 1. Verständnis für Unwissen zeigen. Wir lernen in der Schule nichts über Persönlichkeitspluralismus oder darüber, was Temperamente sind. Also schon irgendwie, weil wir natürlich merken, dass Menschen verschieden sind. Aber uns wird da kein Rahmen vorgegeben. Wir erhalten keine wissenschaftlich fundierten Informationen. Wir üben nicht aktiv, unsere eigenen Bedürfnisse zu bestimmen oder die der anderen zu verstehen. Daher habe ich persönlich Verständnis dafür, wenn andere nicht sofort verstehen, was es heißt, introvertiert zu sein. Wie auch. Nicht jeder denkt permanent über diese Themen nach. Nicht jeder macht die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das Bedürfnis, sofort dicht zu machen und abzublocken, wenn jemand in Frage stellt, ob es sowas wie Introvertiertheit denn überhaupt gibt, ist ziemlich stark. Aber, ehrlicherweise muss ich auch sagen, wenn ich nicht mal versuche, meinem Gegenüber zuzuhören, wird sich halt auch mit Sicherheit nichts mehr ändern. Dass jemand noch nicht viel darüber weiß, wie es ist, introvertiert zu sein, heißt nicht, dass er oder sie ein schlechter Mensch ist. Dass jemand vielleicht etwas trampelig bei einigen echt sensiblen Themen ist, ist nicht das Ende der Welt. Schritt Nummer 2. Aufklärung beginnen. Indem ich nicht sofort erblocke, bekomme ich eine wundervolle Chance. Ich kann meine Sicht der Dinge erklären und möglicherweise das Leben eines anderen Menschen bereichern. Denn es ist definitiv eine Bereicherung, wenn wir andere Perspektiven kennenlernen dürfen. Bei all den Gedanken dazu, warum introvertierte Kinder es schwer haben, muss ich zum Beispiel auch daran denken, dass extrovertierte Kinder manchmal vereinsamen, weil ihnen keiner hilft. In viel zu ruhigen Umgebungen können sie genauso leiden wie introvertierte in viel zu lauten Umgebungen. Mit anderen Worten, voneinander zu lernen ist eine schöne Sache. Schon den Unterschied zwischen Schüchternheit und Introvertiertheit zu kennen, kann viel wert sein. Schüchternheit ist erlernt und eine belastende Hemmung. Introvertiertheit ist einfach eine andere Art, die Umwelt wahrzunehmen und Reize zu verarbeiten. So kommt beim Gegenüber meist an, dass wir keine Einsiedler sind oder Menschen hassen. Wir brauchen nur etwas Zeit für uns und bevorzugen zum Beispiel Einzelgespräche. Ganz oft kommt dann zurück, oh, ja, so geht mir das auch manchmal. Oder, so, ich dachte immer introvertiert und schüchtern wäre dasselbe. Mir ist es auch schon passiert, dass ich Menschen für extrovertiert hielt, mich dann mit ihnen ins Gespräch kam und dann klar wurde, dass ich es mit einem Introvertierten zu tun habe. Wenn man jemanden allerdings immer in der Öffentlichkeit oder in Gruppen trifft, kann das schon mal untergehen. Jetzt weißt du vielleicht auch, warum Schritt 1 war, Verständnis zu zeigen. So bleiben wir offen dafür, dass viele schon mit einer kleinen, aber feinen Erklärung lernen, Introvertierte nicht zu verurteilen oder falsch einzuschätzen. Schritt Nummer 3, die wichtigen Menschen zur Priorität machen. Wahrscheinlich möchte mir der eine oder andere an dieser Stelle Naivität vorwerfen. Verständlich. Wenn jemand sagt, du müsstest mehr aus dir rauskommen oder du wärst zu ruhig oder gerne allein sein wäre krank, dann passiert es oft genug, dass deine Aufklärungsversuche abprallen wie ein Gummiball an einer Hauswand. Ich wollte einfach nur nicht, dass wir mit dieser Einstellung, dass ja sowieso keiner zuhört, in diesem Prozess starten. Denn es geht eben auch anders. Trotzdem wird es gleich darum gehen, was wir tun können, wenn jemand partout nicht zuhören will und die Empathie morgens auf dem Küchentisch vergessen hat. Vorher aber noch ein anderer Tipp. Wenn du bereits Menschen kennst, mit denen du dich wohlfühlst, dann mach diese auch zur Priorität. Unser Welt- und Menschenbild wird sehr stark von wiederholten Erfahrungen geprägt. Je mehr Zeit du also mit denen verbringst, die dich so mögen, wie du bist, umso weniger stark fallen die anderen ins Gewicht. Ich persönlich versuche auch immer mal, diesen Menschen zu sagen, dass ich froh bin, sie in meinem Leben zu haben. Das ist wohl etwas, was jeder gerne hört, oder? Und wir, die meist auch sehr schlechte Erfahrungen machen, können uns ruhig mal die Mühe machen, denen ein bisschen gut zuzureden, die das Gegengewicht in unserem Leben darstellen. Schritt Nummer 4. Grenzen klar kommunizieren Wenn du jemandem erklärt hast, dass Introvertiertsein keine Krankheit ist und du gerne so bist, wie du bist, dann darfst du erwarten, dass andere das akzeptieren. Sie müssen dir keinen Parade schmeißen oder das super toll finden. Sie sollen dir nur glauben, dass du dich selbst am besten kennst und Menschen verschieden sind. Nun wird es leider immer wieder passieren, dass du nicht auf Akzeptanz stößt. Da man mir nachsagt, einen ziemlichen Dickschädel zu haben und nie einen Blattgriff bereit zu haben, das ich mir vor den Mund halten könnte, gebe ich in solchen Situationen fleißig Contra. Ich weise die Leute darauf hin, wie arrogant es ist, jahrzehntelange Forschung auf diesem Gebiet für nichtig zu erklären. Ich erwähne auch gerne, dass man Empathie nicht im Supermarkt findet. Die liegt praktisch auf der Straße rum, man muss sie nur aufheben. Um das klarzustellen, ich würde diese Methode nicht empfehlen. Sie bringt viel Ärger ein. Sinnvoller ist es, und darin übe ich mich noch, einfach Grenzen zu setzen. Wenn jemand weiter mit dir streiten will, sag Nein, Danke. Du hast deinen Teil gesagt. Du hast deine sehr natürlichen Bedürfnisse kommuniziert. Und ab sofort verbringst du dann so wenig Zeit wie möglich mit diesem Menschen, der meint, seine Meinung müsste dein Leben beeinflussen. Das kommt einigen dann unnötig radikal vor. Aber warum solltest du dir die Mühe machen, jemandem zuzuhören, Zeit mit ihm zu verbringen und den Kontakt aufrecht zu erhalten, wenn der Mensch nicht mal die geistige Kapazität oder den Willen besitzt, andere Lebensrealitäten zu akzeptieren? Du bist diesen Menschen nichts schuldig. Du musst sie an diesem Punkt jetzt auch nicht mit der Mistgabel von dir fernhalten. Aber deine Zeit hat einen Wert. Und unterschätze ihn bitte nicht. Schritt Nummer 5. Grenzen verteidigen. Leider, leider ist auch dieser Schritt nicht unwichtig. Ich wünschte, mit Schritt 4 wäre dieses Video zu Ende gegangen. Aber es wird Situationen geben, in denen Reden und ein bisschen auf Abstand gehen nichts bringen wird. Das kann beispielsweise in einem Büro der Fall sein, in dem Kollegen dich nicht arbeiten lassen. Ich bin von diesen Problemen nur im übertragenen Sinne betroffen, wenn mein Kater Aufmerksamkeit verlangt. Aber für viele Introvertierte sind Kollegen eine Herausforderung. Und manchmal ein echtes Problem. Bis zu dem Punkt, an dem manchmal kein vernünftiges Arbeiten mehr möglich ist. Weil jemand ständig viel zu persönliche Dinge fragt. Weil jemand unentwegt Gespräche sucht und somit Arbeitsabläufe unterbricht. Oder wenn jemand der Meinung ist, hinter deinem Rücken zu lästern, weil du ja so ruhig bist. Dann, finde ich, persönlich, ist es absolut legitim, mit einem Vorgesetzten über das Problem zu sprechen. Gibt es da eine Garantie, dass die Situation besser wird? Leider nein. Aber dieser Punkt ist ohnehin extrem individuell. Und es geht mir eher darum, dir den Mut zu geben, wirklich Grenzen zu setzen und diese dann auch zu verteidigen. Sowas kann auch schon mal Freundschaften beenden. Wenn sich jemand wiederholt über dich lustig macht oder deine Wünsche nicht respektiert, dann bringen auch 5, 10 oder 20 Jahre Freundschaft nichts mehr. Wenn du dich erklärt hast, liegt der Ball beim Gegenüber. Sollte das nichts bringen, ist die Frage, ob so ein Mensch noch Raum in deinem Leben verdient. Denn dran denken, es geht nicht darum, dass wir perfekte, kleine, unfehlbare, super Menschen sind. Es geht darum, dass deine introvertierten Bedürfnisse nicht weniger wichtig sind, als die deiner Mitmenschen. Wenn sich jemand nicht mal darauf mit dir einigen kann, würde ich mal bezweifeln, dass er dich respektiert und schätzt. Deine größte Waffe ist es, zu wissen, dass du nicht krank, kaputt oder falsch bist. Hast du das einmal verstanden und verinnerlicht, haben es viele Menschen plötzlich schwer bei dir. Und ich weiß, das kann sich manchmal falsch anfühlen. Aber was ist die Alternative? Willst du den Rest deines Lebens für deine introvertierte Art kritisiert und belächelt werden? Bis zu dem Punkt, an dem du dich selbst nicht mehr leiden kannst? Ich kann hier immer nur Vorschläge machen und Denkanstöße geben. Es kann gut sein, dass du in einer so speziellen Situation bist, dass meine Tipps leider nicht helfen können. Das tut mir natürlich auch leid, weil ich hoffe, du hast trotzdem wenigstens etwas Verständnis mitnehmen können. Wenn du deine Erfahrungen in den Kommentaren teilst, dürftest du sicherlich Menschen finden, denen es ähnlich geht oder die immerhin mit dir fühlen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!